Römer Kapitel 9, Vers 14, was wollen wir nun sagen, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferner. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Also können wir wirklich sagen, wie kann Gott so eine Entscheidung treffen? Ja, dass Isaac die Erbe sein soll, dass Jakob die Erbe sein soll. Ist das eine Ungerechtigkeit bei Gott? Hey, Gott ist nicht Ungerechtigkeit, das sei ferner. Gott ist nicht ungerecht, Gott ist gerecht. Ich meine, Gott kann sagen, hey, es soll derjenige sein. Ich meine, trifft Gott die Entscheidung, wie wir gerettet werden? Hat Gott die Macht, das zu entscheiden, wie wir gerettet werden? Natürlich. Wenn du ein Erbe sein willst, wenn du zu Gottes Volk dazugehören willst, dann geht es nach Gottes Plan. Nicht nach deinem Wollen, nicht nach deinem Laufen im Sinne von Anstrengung, dass du einen Wettkampf läufst. Den Wettkampf des Gesetzes kämpfst. Dann gehörst du nämlich nicht zu Israel, sondern gehörst du zu dem Israel des Fleisches. Lass mich jetzt was sagen. Wer ist das Israel des Fleisches? Wer ist das, was wir heutzutage als Israel bezeichnen, was Paulus Verwandten nach dem Fleisch waren? Wer sind sie? Sind sie Jakob oder Edom? Der Witz der Sache ist, die Leute, die sich als Jakob bezeichnen, die sich als Israel bezeichnen, wir sind Juden, wir sind Abrams Same, die sind eigentlich Esau, die sind eigentlich Edom. Warum? Weil sie eben nicht an den Herrn glauben, weil sie nicht in der Abstammungslinie sind. Sie sind zwar fleischliche Kinder, aber du bist nicht automatisch ein Kind, ein legitimes Kind, nur weil du Abrams Same bist, rein ethnisch gesehen. Sondern du bist dann eben ein Bastard, wenn du nicht in der geistlichen Abstammungslinie bist, wenn du nicht an den Herrn Jesus Christus glaubst. Die Leute, die sich als Jakob bezeichnen, aber nicht an den Herrn Jesus Christus glauben, das fleischliche Israel, das sogenannte, sie sind Edom. Sie sind das Volk sozusagen, über das der Herr ewiglich zirnt. Und ich meine, Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben, wer aber dem Sohne nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Gottes Zorn ist schon auf Ungläubigen und Gottes Zorn wird auf ihnen bleiben, wenn sie weiterhin zu, ja, eben, wenn sie nicht auf die richtige Seite kommen. Wenn sie nicht durch den Glauben an Jesus Christus zur richtigen Abstammungslinie kommen. Wenn sie nicht zu Abrams Same dazugehören, durch den Glauben.